Wie ist der Standort Wilsdorf für den Standort Wilsdorf? WI Braun hat sich für den Standort Wilsdorf entschieden, da wir dort in der Region rund um Dresden schon seit vielen Jahren unsere Aktivitäten rund um den Bereich Forschung und Entwicklung, Produktion, aber auch technologische Entwicklung von Anlagen und Fertigungsmethoden konzentriert haben. Am Standort Wilsdorf fertigen wir das Herzstück der Dialyse, unseren Dialysator. Wir haben alle Prozesse analysiert und versucht von Anfang an ein neues Werk State of the Art zu schaffen. Die Filterfabrik in Wilsdorf ist in der Welt einmalig. Sie verbindet auf der einen Seite die Vorteile der Automatisierung, gleichzeitig aber ein hohes Maß an Flexibilität durch die Nutzung einer modernen IT-Infrastruktur. Die Industrie wird sich die nächsten 10, 15 Jahre extrem wandeln, Stichwort Industrie 4.0. Und wir haben jetzt hier am Standort Wilsdorf den ersten Schritt in diese Richtung gemacht. Wir haben hier eine ganze Reihe von Innovationen zur Anwendung gebracht. Wir haben auf starre Verkettung verzichtet und verknüpfen jetzt flexibel und intelligent. Wir haben hier den Grundstein gelegt für die Fertigung von Medizinprodukten von morgen. Wir wollen hier in Wilsdorf mit sehr schlanken Prozessen und flachen Hierarchien arbeiten. Das ist uns sehr wichtig. Dafür müssen wir ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich der Mitarbeiter selbst verwirklichen kann. Hier sind die Mitarbeiter diejenigen, die Maschinen überwachen, betreuen, effizienter machen. Wir haben hier ein herausragendes Qualitätsmanagement implementiert, was für den Kunden bedeutet, dass er hochqualitative Produkte für einen sicheren Patienteneinsatz von uns erwarten kann. B. Braun ist bereits heute einer der führenden Anbieter in der Dialyse. Wir haben eine starke Kombination aus der Herstellung aller Produkte, welche sie heute für die Durchführung einer Hämodialyse brauchen und für eine hochwertige Versorgung von Patienten weltweit. Gleichzeitig haben wir ein einzigartiges Wissen durch den Betrieb eigener Dialysezentren. Und die Kombination dieser beiden Eigenschaften gibt uns die Möglichkeit, auch Produkte und Leistungen in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln. Und dieses Werk schafft dafür die technischen Voraussetzungen. Ganz besonders stolz bin ich darauf, dass wir hier in einer Fabrik arbeiten, die jede Sekunde einen Dialysator herstellt. Und jede Sekunde einen Dialysator herstellen bedeutet, jede Sekunde ein Menschenleben um drei Tage zu verlängern. Und jede Sekunde ein geraulich Wissen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.